Er kam, um die Austria im Abstiegskampf zu retten. Und jetzt, 18 Monate später, steht Robert Michhoi mit der Austria an der Spitze der 2. Liga. Nur noch vier Spiele fehlen zum großen Glück. Ich glaube, das hat keiner gedacht. Da kann man wirklich stolz auf die Jungen sein. Und jetzt werden alle guten Geister beschworen. Auch Michhoi hat seine Glücksbringer. Jetzt habe ich die Schuhe normal nicht mehr auswärts angezogen. Ich habe sie einmal nach Hause angezogen. War leichter. Vielleicht hilft mir die Schuhe. Doch die wahren Glücksbringer sind immer noch am Platz. Jetzt darf geträumt werden in Weidmannsdorf. Doch Michhoi weiß, der Weg ist noch weit. Ich habe nicht mehr viel gedacht, dass die Räder die 8 Punkte hergeben. Aber man sieht, wie schnell es im Fußball geht. So schnell wie wir nach der Winterphase 8 Punkte hinten waren, haben die auf einmal 8 Punkte verspielt. Aber es ist halt so. Wir haben jetzt nichts erreicht. Jetzt wollen wir etwas Großes erreichen. Und wie gesagt, wir müssen jetzt unser nächstes Finale gewinnen und dann schauen wir. Und nicht vergessen, die richtigen Schuhe anziehen.